Guten Morgen, ich habe heute eine neue Übung aus Vitamin Grün, Du und Deine Beste Medizin. Blüten kommen, der Flieder blüht, die Rosen hinter mir auch bald. Und da gibt es hier die tolle Übung, das Lächeln im Blütenmeer. Es ist eine Atemübung, die euch super durch den Tag bringt. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.